Herzlich willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema Was ist Angular.js? Angular.js ist ein Open Source JavaScript Framework von Google für dynamische Web-Anwendungen. Das MVC, Model View Controller Framework, steht unter der MIT-Lizenz und findet man auf der Webseite angularjs.org Die Auszeichnungssprache HTML ist für statische Dokumente und wird bei Angular.js als Template genutzt. Um dynamische Web-Apps in die Welt zu setzen, kommen oft JavaScript-Bibliotheken wie z.B. jQuery zum Einsatz. Angular.js ermöglicht es sehr schnell, mit nur wenigen Zeilen einfache Web-Apps zu schreiben. Es kommt zu einer besseren Flexibilität, weil vieles automatisch abläuft, durch Datenbindung und Direktiven und der Browser neue Syntaxe versteht. Entwickelt wurde Angular.js für Code-Anwendungen. Spiele hingegen sind eher unpassend. Das typische Grundgerüst für eine Web-App mit Angular.js sieht so aus. Eine ganz normale HTML-Seite. Angular.js wird online mittels Script-Tag eingebunden. Und zwar hier, Zeile 6. Die Adresse bekommt man heraus, indem man hier auf Download klickt. Lokal kann man die JavaScript-Datei auch hinzufügen. Die NG-App-Erweiterung im HTML-Tag initiiert die Web-Anwendung. Nebenbei kommt eine Vermittlungsschicht, Scope genannt, zwischen Viewer und Controller hinzu. Das ist eine sogenannte Direktive. Und nun ein Beispiel. So sieht die Webseite momentan aus. Ganz normal. Hallo Welt. Und jetzt geht es los. Ein erstes Beispiel. Zwischen geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer auf und geschweifte Klammer zu. Geschweifte Klammer zu können Ausdrücke und Variablen platziert werden. So zum Beispiel könnte ich jetzt hinschreiben 3 plus 1 und speichern und ausführen. Das wird dann ausgerechnet und das Ergebnis wird auf der Webseite angezeigt. Hier 4. Hier 4. Zeichenketten stehen zwischen doppelten oder einfachen Anführungszeichen. So zum Beispiel ein einfaches Hallo in doppelten Anführungszeichen speichern und Seite aktualisieren. Oder auch einfache Anführungszeichen. Oder auch einfache Anführungszeichen. Das geht auch. Hallo. Und bei gar keinem Anführungszeichen wird nichts angezeigt. Durch ein Pluszeichen werden zwei Zeichenketten zu einer. So zum Beispiel Hallo plus Welt speichern und Seite aktualisieren. Hallo Welt. Durch sogenannte Filter können Ausdrücke ergänzt werden. Das wird durch einen senkrechten Strich signalisiert. Ein Pipezeichen. So könnte man jetzt noch hinzufügen senkrechter Strich und Abercase zum Beispiel. Abercase, um alle Buchstaben in Großbuchstaben zu verwandeln. Abercase und speichern. Seite aktualisieren. Oder zum Beispiel Lowercase. Um alle Buchstaben in Kleinbuchstaben zu verwandeln. Speichern. Und Seite aktualisieren. Das sind zwei dieser gerade erwähnten Filter. Des Weiteren gibt es noch Funktionen, die durch einen Punkt an Ausdrücke und Variablen gehängt werden können. So zum Beispiel Hallo Punkt und to Uppercase zum Beispiel Klammer auf Klammer zu und speichern Seite aktualisieren. Hier muss man aber auf Groß- und Kleinschreibung achten. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier U und C kleinschreibe, funktioniert es nicht mehr. Und das gleich auch nochmal mit Lowercase to Lowercase lowercase L großschreiben und C großschreiben und speichern und aktualisieren. Das war UserPower von oben Screencast. Ciao und viel Glück.